Heute ein neues Gadget für mein MCC und zwar den Wunder Cap oder auch Wunder Cap genannt. Diesen setzt ihr einfach unten anstelle des Messers ein und könnt somit eure Speisen besser rausholen. Wenn ihr das Messer nicht benötigt, wenn ihr nichts häckseln wollt, nichts schneiden wollt oder nichts hacken wollt, dann benötigt ihr das Messer nicht und könnt diesen Wunder Cap hier einsetzen. Dieser wird einfach unten wie das Messer eingerastet. So sieht das Teil aus. Ich verlinke euch das Ganze unten mal in meiner Videobeschreibung. Da könnt ihr euch das mal näher anschauen. Einfach Messer rausnehmen, Wunder Cap rein, Riegel verschließen und er ist drin und ihr könnt besser eure Speisen entnehmen. Lasst ein Abo da auf Wissen4U.